So, und jetzt müssten wir dort ja eigentlich gebacken kriegen, oder? Müssen wir mal gucken. Das ist halt echt elendig nervig. Warte mal, erst mal hier mal noch ein. Gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. So viele Buffs wie möglich. So viele Buffs wie möglich holen. Hallo? Ich hab da gedrückt. Wird an den Falschen, war ja klein. Wie läuft das alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hab, gerade? Ich hab da gedrückt. Ich hab zwei noch. Einen noch. Ja, also letztendlich ist es mir relativ egal. Hauptsache, einer verreckt jetzt noch relativ zeitig. Danke. Hätte definitiv besser laufen können, aber egal. So, das haben wir auch. Ich brauch einmal einen Lagen, der ist jetzt konfisziert. Ja gut, dann... ...müssten wir jetzt aber eigentlich zwei Stück machen können, ne? Eigentlich müssten wir jetzt zwei Stück erledigen können. Oh, scheiße. Das war anders geplant. Geh doch weg. Keine Zeit. Das war sehr anders geplant, wenn ich ehrlich sein soll. Boah, Junge, Alter, was fahr' ich mir für'n Scheiß zusammen. Ich nehm' mir die ganze Stadt auseinander. Sehr, sehr, sehr nice. Boah, ernst da, weil er eins an Scheiß-Streifen-Bulle rumgurkt? Warte mal. Ähm... Ja gut, wir könnten nach Hause. Nö, dann... Stell dir nichts an. Wenn wir den jetzt fertig haben, müssten wir ja eigentlich drei Stück machen können. Sobald wir... ...in der Stadt sind. Also, äh, in der Stadt. Sobald wir zu Hause sind. Aber zuerst... Wo ist denn das Ding? Warte, hier kommen wir nirgendwo rein? Ähm... Hm, hier. Na, hier. Top. 5K und noch sieben Stück. Nice. Was mich nur wundert ist, das Ding liegt hier rum und keiner geht da dran. Nee, nee, ist klar. So, dann geht's doch hier jetzt direkt wieder rund, würde ich mal sagen. Das Doof ist halt einfach die, äh... Kamera haben wir ja schon fertig. Guten Tag. Oh, Schätze. Oh, Schätze. Eins. Ach, Kacke. Stimmt, bei den Fetten geht das ja gar nicht. So, dann machen wir jetzt der Nächste. Schätze. Schätze. Ich bin. Ich bin. Was ist das? Naja, wenn ich nicht davon platt mache, ist mir eigentlich relativ bumms. Hauptsächlich ist es das eine von denen. Dankeschön. Sehr freundlich. So, jetzt hätte ich gerne noch ein Autochin. Nein. Achso, na gut, da können wir keinen anderen wählen. Dann ab nach Hause, da müssten wir jetzt dann eigentlich drei Stück machen können. Fährst du mich einmal bitte? Ja, dann fahre ich halt zum Parkplatz, das ist auch okay. Die zwei Meter um die Ecke kann man laufen. Was ich halt nicht verstehe, ist es ja uns nicht ernsthaft direkt bis nach Hause fährt. Das Ding müssten wir eigentlich schon haben, oder? Gucken wir jetzt gleich. Erstmal, ich will hoffen, dass es jetzt überhaupt geht, dass wir die drei haben und nicht, dass wir jetzt nur einen haben. Mal, das würde mich schon irgendwie nerven. Weil wir ja drei Stück fertig gemacht haben. Wenn jetzt nur einer geht, würde mich das, glaube ich, doch schon ziemlich abfacken. Da ist die Glotze. Doch, es sind drei Stück, sehr geil. Das ist gut, dann können wir direkt alle drei abgeben. Ich glaube, das ist aber auch relativ egal, welche wir hier nehmen. Weiß ich gar nicht, ob das egal ist oder nicht. Jetzt müsste es eigentlich relativ fett wieder Kopfbonus geben. Naja, könnte mehr sein, aber ist okay. Hä? Ich will da gar nicht, also. Muss ich mich erst wieder einen halben Meter bewegen, es tut mir leid. So. Er da. Hält mich nach vorne! Hält, 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 hält. Haut da rein. Und immer schön mit der Fresse auf dem Boden, ey! Richtig so. Oh, da war ich gerade schon Stufe 9, ey! So. Dann da dran. Ist natürlich cool, dann können wir jetzt gleich gucken, wo die anderen sind. Einer von den beiden Ich tippe mal auf ihn da Aber ich warte jetzt mal kurz Ach egal, komm Ich nehme jetzt ihn im Goodies Bam So ist schön So wie viele waren die noch Da haben wir noch Eins Zwei Drei Ja es waren aber glaube ich Halt noch vier Kameras Weil das macht ja nichts Es wäre natürlich schon jetzt echt cool Wenn wir die drei wieder So in einem schaffen Wissen Das würde ich schon feiern Wenn wir das wieder hinkriegen So wie jetzt gerade Drei Stück auf einmal Wäre sehr cool Zack Wie immer die blaue Karre Vielleicht die am schönsten finden Warte mal Ich würde sagen Als erstes fahren wir da hin Als erstes machen wir die Die am weitesten weg ist Die andere kann man halt auch machen Quasi nochmal eben so Zwischendurch Wenn die Folge Oder die Aufnahme quasi Fast am Ende ist Wenn man so das Gefühl hat Na das könnte was kurz sein Kann man das immer nochmal dazwischen schieben Oder halt damit anfangen Wird ja auch gehen Irgendwo Hier ist noch ein Ein, 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 ein Köfferchen Und da unten ist auch noch ein Ah hier Da unten ist auch noch ein Gesundheitsschreien Wo wohnt wir da? Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen Da mit der Karre rein zu gurken Das wäre natürlich Wenn das läuft Super Und 5K 6 Stück noch Top So und jetzt als erstes Wieder ins Auto einsteigen Achso ja das andere ist ja eh Unter uns So jetzt könnten wir glaube ich Wieder einen voll haben oder? Jawohl So Nochmal 10% mehr Jetzt will ich nochmal eben kurz was gucken Da fehlen noch 3 Da fehlen noch 9 8 Und da fehlen noch 20 Alter Central haben wir voll In Aberdeen fehlt uns noch einer Sind 3, 4, 5 Er ist genau für das letzte 4 von 4 Haben wir Oh da fehlt uns noch eine In Northpoint Oh das sollten wir hinkriegen Das sollten wir hinkriegen Ich glaube da ist der Eingang Ich weiß halt nur nicht Wie wir von da wieder hochkommen Aber ist ja egal Jetzt erstmal gucken Dass wir hier rüber gesprungen Kommen Platsch Ruf hier Ich glaube nur dass hier wird Jetzt wieder nichts Weil wir hier eine Knarre brauchen Ah Das ist natürlich nice Ich sage es Oh oh Ich bin auf die Hunde geholfen. Ich bin der Mann. Geh ich dich! Ich bin der Mann. Das war natürlich auch gut. Das war natürlich nice. Ich wusste nicht, dass wir ihm die so rausreißen können. Ähm, joa. Trotzdem hauen wir das Ding erst... Trotzdem hauen wir das Ding erst mal weg. Ich möchte halt lieber eine Pipitola haben. Ähm. Da ist die Kamera. Ah, hier. So, dann stecken wir jetzt erst mal die Pistole weg. So ist das schön. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay, dann halt so rum. Sehr schön. So, dann gucken wir jetzt erst mal irgendwie der Pistole aus. Und erst mal wieder volle Möhre in die Wand geguckt. Kann man mal machen. Gehen wir so da fliegen? Na, nicht so ganz. springen wir nicht so weit weg ins Wasser, Mensch. So, die haben wir. Ähm. Genau, das haben wir jetzt gerade gemacht. Dann fahren wir jetzt da hin und dann machen wir die in der Stadt quasi direkt bei uns um die Ecke. Dann können wir die dann auch, wenn wir es überleben, je nachdem wie wir das jetzt hier hinkriegen, auch einfach alle erschießen und flüchten dann halt einfach bei uns in die Bude. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber das werden wir ja gleich sehen, ob das geht oder nicht. Hier müssten wir aber wieder auf die Straße kommen. Dann holen wir uns ein Auto. Und dann ist gut. Och, es war so klar. Er biecht natürlich jetzt ab. Wichser. Dreckiger, kleiner. Ein Taxi wollen wir nicht. Der sieht doch ganz gut aus. Komm mir auf den Sack, Kollege. Ich brauch das Auto dringend als Video. Profifahrer. Schade, der Baum war jetzt nicht geplant. Oh, ich bin halt schon ein bisschen überrascht, dass es funktioniert hat, in der Mitte durch die Gürten. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh! Keine Sorge, ihr kommt alle nah dran. Und einen noch. Komm, einen noch. So ist das schick. Easy.